Ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen können, was er ihnen gebetet. Das Buch Mormon, 1. Nefi 3, Vers 7 Das Buch Mormon, 1. Nefi 3, Vers 7